Du solltest nun einige Aufgaben von Seite 39 lösen. Um diese Aufgaben lösen zu können, benötigst du aber den Fahrplan, den du auf Seite 38 siehst. Am besten du druckst dir diese Doppelseite auf deinem Computer zu Hause aus. Nun beginne bitte mit folgender Aufgabe. Nummer 1 A, Nummer 1 B, Nummer 1 C. Diese Aufgaben löst du bitte in deinem Heft. Die Nummer 2 kannst du überspringen. Löse dann die Aufgabe Nummer 3 B. Von der Nummer 4 bearbeitest du bitte die Aufgaben B und D. Danke, gutes Gelingen. Danke, gutes Gelingen. Danke, gutes Gelingen. Danke, gutes Gelingen. Untertitelung des ZDF, 2020